Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen liebe YouTube-Freunde so Resident Evil ist mal wieder am Start freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt wir sind hier bei der Puppenkönigin müsste es sein in ihrem reich in ihrem schloss vorm haus wie auch immer wir gucken die gucken uns die ganze sache langsam aber sicher an immer ein bisschen auf abstand großen willvoll da unten ha muss ich mal gucken wo es da reingeht ich will rein zu der Olle ach so okay warte 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 okay dann gehen wir rein das sieht ganz passabel aus eigentlich von hier drinnen nein ich will nicht raus alles gut ich muss erstmal hier drin ein bisschen gucken wir bewegen uns von links und von links nach rechts mal durch vorne ist auch eine Kiste komm ich aber nicht hin nicht hin nicht hin bzw. Wohnzimmerflur da geht es Treppen runter oh je 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 eine puppe allöchen was ist das gibt es nichts kann ich nur wieder schließen okay ob sie standen meine hosen sind gestrichen vor sowas von ja alles leer warum ich da zu ok es geht nach unten moment ich will kurz in die andere richtung gucken bevor ich runter fahr ich checkern immer alle gelegenheiten ab bevor ich definitiv weiter gehe scheiße geht dann hoch und da sind wir gekommen ok das ist die tür wo verschlossen ist das ist quasi gegenüber habs kapiert wir gucken noch hoch das was zum bedeuten hier das grüne da ist ein teller oder alles leer grausig in dem haus ist sowas von tote hose da ist da findet man gar nix keine munition gar nix ist in dem bums hier das ist sie nach der versuchen wir die lustig wird lustig dann gehen wir mal aber hier öffnen gehen wir einfach mal der fahrstuhl hoch oder runter ich weiß nicht was hier ich glaube schon ja so zeit ja auch so gespannt wie ich bestimmt sind wir unten arbeitszimmer tierprojektor tierprojektor gebirgspflanzen platten spieler ich da was machen ist das für eine scheiße nische da ist ja gar nix hier irgendwas öffnen nix oder nein es verschlossen musik ertönt will neta nein wie sieht es hier aus drei schuss fünf schuss so alles nachladen sei bereit scheiße die hat so ein gefäß in der hand das gefäß brauche ich die hat so ein gefäß in der hand kann ich mich am arsch lecken wenn ich das von der nehm dann macht sie auf blöde sau musik aus ich guck kurz soll man vorher speichern oder wir speichern ja wenn sie mich am arsch lecken du wartest du wartest ich guck erst da fehlt was untersuchen muss irgendwas rundes einfügen ich habe aber noch nix gefunden also ich nehme es ich nehme es hast gewonnen sonst ist ja nix genau ich habe so lange auf dich gewartet mimi 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 darf ich bei dir bleiben füß dich was wo ist meine waffe scheiße ja ist sie das oder was als puppe dargestellt diese puppe ist mir oh scheiße was kann ich da machen mund öffne was macht doch etwas scheint in ihrem mund zu sein okay so 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 Mund. Hä? Bestätigen. Was bestätigen? Da ist doch gar nichts da. Ich bin wahrscheinlich nicht im Mund zu sein zu stecken. Aber den bloßen... Ach, mit bloßen Fingern kommt man da nicht ran. Hab's kapiert. Menschenskinder. Ich hab nichts. War das zu fest? Wir brauchen eine Schere, um das zu öffnen. Ich zieh den scheiß Ring runter. Ja. Blutiger Ring. Auge untersuchen. Das haben wir gemacht. Es kann sein, dass jetzt da hinten die Türe offen ist. Was ist hier? Aha. Ein Aufziehschlüssel. Was war das nochmal? Das war das. Oh. Ah. 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 Macht's da nix? Scheiße. Das muss der halbe Dinger entfernen alles. Ich hab nochmal einen Schlüssel. Silberschlüssel. Ist langsam kriminell hier. Hier am Fuß ist nix mehr. Wow. Was für ein Tritt. Glaubst du es? Verrückt. Wie viel Energie sie schon hat. Was laberst du? Auge haben wir gedreht. Im Mund steckt irgendwas drin. Das muss man durchschneiden mit einer Schere. Das haben wir alles genommen. Fuß ist nix. Der Arm. Keine Ahnung was es ist. Das legt er einfach wieder hin. Der macht damit nix. Wir gucken kurz, ob der hinten offen ist. Da wir das Arke jetzt gedreht haben. Ne. War klar. Wir müssen das Teil, wo der da am Arm hat das da das ist es wahrscheinlich wo der reinpasst. Das Teil hier. Ich krieg's aber nicht weg. Kann ich nicht nehmen. Da ist noch mal ein Schlüssel. Das ist der Schlüssel hier. Ja, wir sind nicht blöd. Ja, wir sind nicht blöd. 05 29 11 05 29 11 Vielleicht ein Code. 05 29 11 Tür verschlossen. Sonst ist ja nix, oder? Das war bloß der Raum, dass wir hier der Ring waschen können, oder? Lächerlich. Ja. Ja. Ach so. 05 29 11, oder? Lächerlich. Scheiße, da. Tür mit Siegel. Was war Tür mit Siegel? Das verschlossene Tor, oder? Warte kurz. War das das? Nein, war es nicht. Ach so. Tür mit Siegel. Nee. Hab's verstanden. Das war das mit dem runden Ding. Hab's verstanden, hab's verstanden. Hab's verinnerlicht. Hab keine Waffen mehr. Leck. Hallo. Warum mach ich überhaupt die Scheiße auf? Da ist eh nix. Wie kommt die hierher? Naja. Ähm, Aufzieheuhr. Okay. Zylinder tauschen. Irgendwas stimmt nicht. Da sind Kratzer oder Einkerbungen auf dem Ding drauf. Scheiße sind wir gut. Pinzette. Für das Gedöns im Mund. Nichts. Wie gesagt, wieso mach ich die Scheiße überhaupt auf, wenn nix drin ist? Hä? Brief. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit. Mit Eason. 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 Okay. Können wir wieder zurück und das Teil aus dem... aus dem Goshen holen. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit. im film streifen dem kann ich nichts machen ich weiß es nicht jetzt schielt sie halt ich weiß nicht ob das dahinter jetzt offenschein normalerweise nicht aber da fehlt doch was ich muss das einfügen quasi scheiß horror hütte hier da waren wir drin machen wir da drin rosa beschämt man ganze welt 1 2 3 4 5 das beweise für scheiße 1 bester freund von rose pärchen die geschichte geschichte und das wichtigste und geschichte und das wichtigste im leben hochzeit hochzeit ring bla 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 film abspielen was scheint nicht zu stimmen warum für seine ewige liebe und treue hochzeitsgeschenk hochzeitsgeschenk ach scheiße so 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 kommen sie aus dem Brunnen raus und so. Was ist das? Wer macht sowas? Eine Schere. Da reingehen? Nee. Nee, 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 nee. Ich könnte da reingehen. Könnte ich. Nee, nee, nee. Jetzt machen wir auch schon kurz an der Puppe. Puppe, Puppe, Puppe. Oder andersrum? Scheiße. Kein Bock. Das Gedöns kann man bestimmt aufschneiden. Ah. Sehr schön machst du das. Mega. Wo sind wir hier jetzt wieder? War klar, oder? Was ist das für ein... Warte, 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 warte. Spucke. Spucke. Ah. Okay, verstanden. Passt nicht. Passt nicht. Okay. Schere reinstecken. Ah, hätte das sein können. Warte. Leck mich am Arsch. Die Brust ist freigelebt. Aha. Okay. Jetzt wissen wir aber immer nur nicht, was wir mit dem Auge machen. Und ich speichere kurz. Dann tun wir das Wappen da hinten einfügen. Und das versteckt sich bestimmt im Auge, oder? 100%. Wie sieht das aus? So ein Scheiß-Pabagei nach rechts. Rechts guckend. Okay, nach rechts guckend. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Wir sind eigentlich schon überfällig. Wir gucken runter. Ne, wir machen einen Cut. Wir gehen da runter. Da ist sie. Scheiße. Ich laufe wahrscheinlich jetzt hier so rum und dann da hinten und da ist sie. Oh, ho, ho, ho. Wir machen hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like-Button. Immer penetrieren. Nicht vergessen. Glocke aktivieren. Auch nicht vergessen. Es bleibt spannend. Wir gehen im nächsten Teil hier runter. Zu der ollen Hexe. Ciao.